Und weiter geht's hier in The Angler Call of the Wild. Heute haben wir uns mal ein bisschen neues Setup schon gegönnt. Ich zeige, wo ich richtig gut Kohle und XP gemacht habe und mit welchem Setup man am Anfang schon mit gar nicht so viel Kohle richtig gut die Brocken rausziehen kann. Alter, und da wird es gerade schon fast Abend. Tatsächlich, das ist ja krass. Das ist ja krass. Okay, das beeinflusst jetzt natürlich meinen Plan essentiell. Heißt also, ich mache gleich am besten doch nochmal die ein oder andere Quest. Da hinten habe ich ja ein bisschen was markiert. Und zwar habe ich da immer noch, man sieht es hier oben ja, fange ein Bergfältchen. Und diese Bergfältchen scheinen wohl sehr gut nachts zu fangen oder fangenbar zu sein. Und ja, ich bin mittlerweile, gucken wir mal kurz rein, ich habe ein bisschen reingesuchtet. Ich bin mittlerweile Level 34, ging relativ schnell ab dem dicken Setup, was ich mir gegönnt habe. Wir gucken vielleicht mal eben kurz rein in den Shop, was ich gekauft habe. Und, ähm... Ja, ha! Moinsinn! So. Also, gucken wir mal eben rein. Ausrüstung. Ich habe lange, lange, lange... Soll ich jetzt mal Ruhe hier? Ruhe! Alter! Also, ich habe diese Route, auf diese Route gespart. Und zwar auf die Spinning-Route, die man auch als Posenroute verwenden kann. Ähm... Macht absolut Sinn. Ich habe bisher ein, zweimal mit dem Spinning ein bisschen rumhantiert. Noch gar nicht. Da gehe ich jetzt später erstmal rein. Habe bisher alles mit der Pose gemacht. Hat super funktioniert. Und wie gesagt, der Weg, der aber ein besserer wäre und der auch funktioniert, ist der Weg dann doch über ein anderes Setup. Und ich würde sagen, dieses 300er Setup ist gar nicht so schlecht. Und zwar 300er, also vom Preis her, 300 Ocken für die Route und 300 Ocken, die habe ich mir auch geholt, für... Okay, da hat sie zu Ende gequatscht. Also, 300er Rolle mit einer Bremse von 4 Kilo und dazu dann eine Schnur hier, die hat auch 4 Kilo. Und mit dem Setup geht es eigentlich dann schon richtig los, weil wir mit diesem Setup zack, 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 dicke, fette Brocken schon ziehen können, die übelst Kohle machen. Also, meine Empfehlung, wenn man, ich sag mal, die ersten paar... Klar, man muss die ersten Brocken natürlich rausziehen. Das heißt, man fängt mit dem kleinen Tümpel an, zieht die kleinen Barsche raus und sowas alles. Man fährt ein bisschen rum, erkundet die Area, macht die ersten 3, 4, 5 Level, hat dann aber mit Sicherheit schon genug Kohle zusammen, um sich, ja, so ungefähr 700 Silber zusammengespart zu haben, um sich dann, wie gesagt, dieses Setup zu holen. Also, die Rolle ist hier die für 300, kann man sich gut merken. Die Route ist sie für 300. Und dann schnappt man sich in der Ausrüstung hier noch die Köder. Und zwar zum einen Ette hier. Den Rogen funktioniert super. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein bisschen mehr. Ja, ja, ist doch gut. Und natürlich hier den Blutwurm hat man am Anfang. Den auch, da kann man auch ordentlich reininvestieren anfangs, weil man das eh direkt alles wieder verangelt. Gerade Blutwurm hier, ihr seht, mit einem kleinen Haken für die Barsche und sowas funktioniert das super. Und wir wollen ja anfangs erst noch mal die ganzen kleinen Fische fangen. Und dann gehen wir später halt mit den größeren Ködern auch in die größeren Fischereien. Ich habe sonst jetzt noch den 6er-Haken in Verwendung. Und... Alter, was die quatschen, ne? Das ist aber schon wieder Call of the Wild. Ja, Call of the Wild-Style, ey. Ah, erst mal weg hier. So, und dann ist halt der Punkt, wohin, wenn man dieses, sagen wir mal, nennen wir es mal das 300er-Setup, wenn wir das haben, geht es, und das kann man ja dann schon schön erkunden. Ich habe noch gar nicht so viel erkundet. Ich will ja nicht erkunden, ich will angeln. Und das heißt, das, was ich erkundet habe, ist halt, ne, man sieht es hier so ein bisschen und was halt richtig geil ist, ist hier unten dieser See. Heißt also, hier ist die Startbase, wenn man sich so ein bisschen Richtung Süden hält und hier unten zu diesem See, zu diesem Außenpunkt hier quasi geht, dann können wir da auch eine Schnellreise hin machen. Machen wir gleich. Und dann ziehen wir da, oder da zeige ich dann, wo ich die meisten Fische rausgezogen habe, welche Fische, wie relativ gezielt, mit welchem Setup natürlich. Ich habe das Startsetup dabei. Und dann gucken wir uns einfach mal diesen Unterschied an von diesem Startsetup zu dem besseren, zu diesem 300er-Setup. Und dann geht es halt ab. Also von daher, das gucken wir uns gleich an. Was wir jetzt eben machen, einfach nur, weil es gerade dunkel ist, ich hoffe, ich kriege das jetzt erledigt. Und zwar holen wir uns mal eben so ein Fältchen. Also, zack, Schnellreise dahin. Finde ich super. Gutes Ding mit der Schnellreise. Ich sammle übrigens auch gerade jede Menge, jede Menge Kritikpunkte fürs Game und Sachen, die mir auffallen, wo ich sage, Alden, was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los im Game? Wie kommt man denn auf die Idee, dass das eine gute Idee ist? Wie kann man denn solche Sachen in den Game packen? Es sind immer noch so ein paar Sachen oder ein paar Sachen fallen mir halt jetzt auf nach ein paar Stunden Spielzeit, wo ich mir denke, Alter, hatten die nicht Feedback? Haben sich da nicht irgendwelche Leute, die länger schon in verschiedenen Angelgames drin sind, mit denen auseinandergesetzt? Gab es da nicht irgendwie, keine Ahnung, Leute, die gesagt haben, nee, macht keinen Spaß? Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich echt sagen muss, Alter, anstrengend, anstrengend, wenig Spaß. Nennen wir es einfach mal so. Es macht einfach an manchen Stellen wenig Spaß und dann muss ich aber sagen, sobald man dieses 300er Routensetup halt hat, hat es sich doch schlagartig geändert. Deutlich größerer Spaßfaktor sofort gewesen. Ich verwende jetzt mal mein großes Setup, da habe ich ja jetzt lange drauf gespart, und bis ungefähr Level, bis Level 17 oder 19, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ungefähr so lange habe ich gespart, also nichts gekauft, außer Köder und habe dann quasi Stück für Stück alles mir weggespart, alle Fische halt immer schön wieder raus und dass man dann ein bisschen Kohle verdient, schön gelevelt, dass man da die Kohle halt zusammenbekommt und dann war es dann endlich soweit, wie gesagt, entweder 17 oder Level 19 war es und mit diesem Setup, was ich jetzt habe, also wirklich, man sieht es genau, auf Steam habe ich es hochgeladen unter den Screenshots, nahezu im Minutentakt dann die Gold und Silberwertungsfische rausgezogen, sensationell, richtig gut Kohle gemacht dann in der Zeit, richtig gut gelevelt, ihr seht, jetzt über Level 30, also es geht übelst ab. So, jetzt geht es hier ans Bergfältchen, also gucken wir noch mal kurz ins Inventar rein, Handbuch, und dann gucken wir mal hier, ich hatte ja schon mal das Bergfältchen relativ am Anfang in Gold gefangen und sehen hier bevorzugte Köder, Brot, Graupe, Rogen, interessant, ich glaube ich habe es auf Brot gefangen, ich weiß es gerade nicht genau, ja, machen wir, wir nehmen hier gleich den Rogen, das ist auch noch alles drin, das ist schön, hier sehen wir übrigens gerade, ne, auch dieser Fisch mit fast 7 Kilo auf dem 300er Setup gefangen, ich freue mich schon, Silberwertung und so weiter, da, wie gesagt, gehen wir gleich drauf rein und an welchem Spot, das wird wild, ich hoffe ich fange jetzt hier das Bergfältchen, bin ich gespannt, also ich nehme die Route, setze das mal alles ein bisschen tiefer, wir machen mal hier so eine 1,40 Meter und wählen jetzt hier auf dem 6er Haken den Rogen aus, okay, dann muss ich es wieder runterlassen, ja, na, was ist denn, ist denn jetzt Tag oder ist jetzt Nacht? Habt ihr das auch? Ich habe den Eindruck, dass zwischendurch, jetzt ist doch nicht auf einmal schon wieder, ist jetzt Tag? Ich hatte das schon mal, da war es auf einmal hell und kurz danach wurde es wieder dunkel, ganz eigenartig, haben wir jetzt Tag oder was? Ist das wild, also ich hatte tatsächlich zwischendurch die Situation, es war dunkel, ich hatte tatsächlich die Taschenlampe an, auf einmal war die so, wie jetzt gerade, so Wolken ziehen vorbei, auf einmal war ein bisschen Sonnenschein, und dann zack, war auf einmal, war auf einmal wieder dunkel kurz danach, also ganz wild, Bäm, Schwarzbarsch, yeah man, hehehe, nice, zack, gutes Ding, ich habe jetzt hier auch gerade einfach mal nur so reingeschmissen, ohne, und jetzt, nee, ich dachte gerade, jetzt wird es wieder dunkel, doch jetzt, guck mal, jetzt wandert auf einmal wieder das Licht, jetzt auf einmal wieder, jetzt auf einmal wieder dunkel, oder, jetzt ist auf einmal wieder Nacht, hä? äh? Alter, ey, oh, oh, da war ein Hecht, da war ein Hecht ganz in der Nähe, wild, hey Buck, I'll be down the Emerald Lake Plateau, ja, jetzt bist du wieder an einer anderen Stelle, ja, 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 sehr, ähm, was ich übrigens sehr viel gemacht habe, und deswegen eben hauptsächlich, also die Tagphase ist relativ lang, die Nachtphase, äh, ist zum Glück nicht so lang, das Schöne ist einfach, man sieht eben am Tag, und ich habe glaube ich konstant bis jetzt, konstant nur die Fische gezielt angeworfen, da schwimmt ein Fisch, hingeworfen, rausgezogen, reingeschmissen, gelevelt, und Kohle gemacht, also so, äh, so auf easy, zwischendurch drücke ich hier auch mal, wenn ich einfach so blind reinwerfe, mal die rechte Maustaste, wenn dann ein Fisch ankommt, ist dann, kommt diese Reaktion, zack, zu früh angeschlagen, ähm, und dann kann man einfach direkt wieder hinwerfen, und dann kommt der Fisch trotzdem da immer noch ran, und, äh, schnappt sich dann den, den Köder, schwimmt da was? Ne, da haben wir eine Pflanze, aber tatsächlich, dieses Aufsicht angeln, habe ich sehr, sehr viel gemacht, das ist die kleine Route, das ist hier die große, und die 300er verwenden wir gleich, gucken wir mal, ob wir hier vorne, ähm, was fangen, da war doch gerade was, und was übrigens auch wichtig ist, hatte ich auch im, äh, im Discord gesehen, übrigens, wenn ihr Bock habt, es sind, äh, im Discord, Link ist unten drunter, jede Menge Angler auch schon im Game, tauschen sich aus, ähm, es wird halt geguckt, welcher Spot läuft, welche Area, und so weiter, ähm, oder in welchen Bereichen, jetzt gerade noch gesehen, eine schöne Übersichtskarte, äh, gesehen, also auch da gibt es eine kleine Community bisher, die in dem Game drinne ist, und hier sich die Brocken rausziehen, also das ist ja relativ easy im Moment noch, wobei es ja schon hieß, es gibt wieder irgendwie einen Patch, und, ähm, da schien es so, dass die Frequenz, ich hab's nur kurz überflogen, der, ähm, der Gold und Diamonds reduziert wurde, es war ja auch schon ein bisschen heftig, was man da rausziehen konnte, so, da, da, genau das, also da war jetzt, ich werf direkt wieder hin, da war jetzt ein Fisch in der Nähe, wollte gerade an dem Köder rumnübbeln, und ich hab jetzt rechte Maustaste gedrückt, heißt also, der ist natürlich dann, äh, ich hab wieder reingezogen, oder zu früh angeschlagen, äh, werf also direkt wieder aus, das heißt, da wird es gleich das Bimmeln kommen, das Zuppeln kommen, und dann geht der Brocken da rein, hoffentlich, ich hoffe, es geht das Fältchen rein, dann hätte ich das nämlich abgeschlossen, ich glaub, das Fältchen, das ist jetzt hier der zweite Part vom, äh, fang ein Fältchen, und dass ich hier nicht schon wieder den, oh, oder, Regenbogen, und, ne, Regenbogen, tatsächlich, 63 EP, fast 5000er Punkte, äh, Wertung, die Punktzahl, nicht schlecht, neuer, bester Rang, okay, zack, mitgenommen, wollen wir jetzt aber nicht, jetzt überlege ich schon, ob ich vielleicht mit einem feineren Setup rangehe, ich geh nochmal in die Info rein, können wir hier vielleicht, höchstes Gewicht, 1 Komma, noch was, ich geh einfach mal mit einem feineren Setup rein, routen, diese Route hier, haken, und ich nehm, den, kann ich gar nicht, das ist alles größer, das heißt, ich könnte jetzt das hier nehmen, mit einem 10er, oder ich nehm das hier einfach runter, so, ähm, Escape, nochmal in, Info, also I, routen, dann gehen wir hier drauf, und das Teil mit F, Gegenstand, entfernen, so, und jetzt gehen wir hier drauf, okay, und hier gehen wir jetzt rein, und machen den 10er Haken drauf, auch den Rogen, perfekt, so, und jetzt habe ich hier auf der 2, einen 10er Haken, mit Rogen, wir machen das wieder schön boden da, in der Information zu dem Fällchen, stand ja drin, weit verbreitetster Fisch, also überall anzutreffen hier, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass ich den jetzt so einigermaßen schnell auch rausziehen kann, wäre ja nicht so schlecht, ich glaube den, wie gesagt, den ersten in Gold hatte ich tatsächlich am Anfänger-Tümpel, am Start-Tutorial-Tümpel gefangen, auf Brot, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube, ich renne auch gleich hier nochmal ein bisschen weiter, vielleicht sieht man ja was, übrigens gerade jetzt nicht, dass die, also die Taschenlampe ist gerade nicht an, oder? Oder doch? Ja doch, ist wohl an, hier sieht man es jetzt, ja, okay, da, wieder, okay, schnell wieder auswerfen, schnell wieder auswerfen, und dann hoffen, dass der Brocken da gleich reingeht, apropos auswerfen, ähm, auch da gab es eine Info zu, man kann das auswerfen vereinfachen, also nicht diese Handbewegung machen, ähm, ich gucke gleich nochmal, ich gucke gleich mal Escape nach dem Fisch hier, auch das kann man halt einstellen, dass man dann das Auswerfen hat, wie in anderen bekannten Games, das mache ich gleich auch nochmal, jetzt lassen wir erstmal eben hier den Fisch kurz dran rumnübbeln, jawohl, und gib ihm, zack, hehehe, überhaupt kein Gewicht, alter, einfach nur ein Fältchen reicht mir, irgendeins, äh, Regenbogen, okay, direkt wieder raus, also gucken wir mal kurz rein hier, Escape, Optionen war das, ähm, Tastatur, wo war denn das, genau, Zugänglichkeit, auch nett, äh, und zwar ist das hier dann auf einfacher Wurf, an- oder ausmachen, und, äh, das habe ich halt an, und, ähm, ja, dementsprechend hat man dann eben diesen einfachen Wurf, und wenn man jetzt hier linke Maustaste hält, lädt sich unten der Balken auf, und zack, kann man es einfach auswerfen, das ist deutlich angenehmer, hehehe, deutlich angenehmer, so, muck wie das, so soll das, ja, und so, macht es dann auch irgendwie mehr Bock, also einfach dieses Aufladen, also, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass man das irgendwie, ne, zu Hause, schön am Schreibtisch, dann kann man das schön mit der Maus, vielleicht sogar die Maus ein bisschen empfindlicher einstellen, und dann mit Schmackes so auswerfen, kann man auch, glaube ich, ganz gut machen, aber, ähm, ich muss gestehen, jetzt hier mit meinem rudimentären Setup, wie ich hier gerade rum hocke, im Urlaub, habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, ähm, auch da, äh, gab es das, äh, das Bild im, äh, im Discord dazu, wie ich hier hocke, hehehe, ich habe es gerade alles wieder so hingebaut, damit ich hier genauso wieder, äh, aufnehmen kann, dass es ungefähr zumindest ähnlich aussieht, guck mal, da schwimmt was, da schwamm was, ähm, ja, wie gesagt, mit dem Setup hier, gerade äußerst schwierig hier rum zu hantieren, aber wie jetzt schon, und da bimmelt es, jawohl, komm, jetzt Fältchen, Alten, gönn mir das Fältchen, das wär's doch jetzt, auch übrigens so ein Ding, hatte ich jetzt auch ein paar Mal schon, kurzes Gebimmel, danach weg, finde ich auch geil, äh, ha, und nach wie vor, ohne Scheiß, dieses Anschlagen, ne, dieses Anschlagen, alter Falter, als ob du da einen Stier unten dran hast, und den musst du erst mal dem Haken quer in die Fresse rammen, rabamm, ha, 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 und das bei so einem Winzlingsfisch, Alter, ha, 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 und den ballerst du aber anders wild den Haken rein, so, zack, mitgenommen, ähm, ja, Fältchen, 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 Alter, ich will das olle Fältchen, irgendwo muss es doch sein, ich werfe einfach mal hier nochmal flach aus, 1,40 Meter ist eingestellt, Rogen ist eingestellt, oh, da ist direkt was, das ist aber kein Fältchen, oh, aber das ist ein dickerer Brocken, oder, geht der dran, ja, klar, der ist nach unten geschwommen, ich bin ja auf, zack, he, he, guck mal hier, da muss sogar das große Setup, Herrmann, Schwarzbarsch in Gold, Goldwertung, Schwarzbarsch, kann man machen, schön, sehr gut, auf Rogen, mitgenommen, und das ist halt auch ganz geil, warte mal, wir müssen mal eben gucken, ah, hier, hier oben sehen wir, es gibt so Unterteilungen jetzt hier bei den Leveln, hier war noch ein Strich, dann kommt hier der nächste und so weiter, also man levelt doch relativ schnell, also zumindest so bis in Richtung 30, wenn man viele, viele Fische fängt, die so, ähm, na, reicht das? Ne, das war schon zu weit, die so Silberwertung, Goldwertung haben, also mit einer guten Wertung, und das ist halt eben auch der Punkt, warum, ähm, also warum dieses Setup, dieses 300er Setup so gut ist, denn wir können damit einfach richtig gut diese Fische in diesen, mit diesen Wertungen, schon ganz gut rausziehen, das ist einfach der Knackpunkt, so, jetzt hoffe ich, dass da hinten was rein geht, wie gesagt, wo, welche Stellen, und wie ich, wie ich da hingegangen bin, wir machen das gleich schön, Stück für Stück, ähm, wir müssen eh gleich jetzt ein bisschen warten, bis es wieder hell wird, und deswegen ziehen wir doch einfach nochmal ein bisschen hier das Fältchen, und da muss man halt ein bisschen rumprobieren, übrigens so von den Quests her, die Idee mit den Aufgaben, ähm, so grundsätzlich finde ich gar nicht verkehrt, also muss ich wirklich sagen, ähm, wenn man, wenn man so eine, also ich sag mal, das ist ja so eine Option, das ist ja halt so optional, kann man machen, es ist halt so ein bisschen auch Beschäftigungsgedöns, es gibt ja auch hier jetzt diese Beschäftigung, dass du rumrennst, und dann findest du überall so ein paar Blumen, oder irgendwelche Bäume, die mit Pilzen befallen sind, oder sowas, ähm, ja, ist natürlich für so ein Open-World-Dingen vielleicht interessanter, als für so ein explizites, für so eine Angel-Simulation, aber die, die Idee von irgendwelchen Quests, und irgendwelchen übergeordneten, ähm, Challenges, Herausforderungen, oder sowas in der Art, finde ich gar nicht schlecht, kann man, glaube ich, ganz gut machen, ähm, einfach so, als kann, als Option, wenn man sagt, ja, ne, was mach ich denn heute, ach komm, ich mach einfach mal so ein bisschen, ach du Scheiße, komm mal hier unten, ganz groß, ganz großer Brocken, aber auch verkehrt, Schwarzbarsch wieder, ich will dort nur das Fältchen, ähm, ja, wie gesagt, als kann, Möglichkeit, um zu sagen, Mensch, ich hol mir, und man kriegt vielleicht irgendwelche Specials, irgendwelche Special-Qualifikationen, irgendwelche Special-Küder, oder sowas, wenn man dann irgendwie sowas macht, wird auch nett, zack, next, nice, Fältchen, 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 vielleicht sehen wir ja doch am Wasser noch irgendwo was, dieses Rumrennen, muss ich sagen, ähm, finde ich ganz okay, wie gesagt, also tagsüber sieht man natürlich noch ein bisschen besser, also deutlich besser, ähm, und ich muss sagen, ich finde das wirklich ganz gut, dieses Anwerfen, dieses Spezielle, also, schmeckt, kann man machen, und wie gesagt, gerade dann, wenn man auch mit einem feinen Setup noch unterwegs ist, und man sieht, okay, ähm, da vorne schwimmt jetzt ein dicker Brocken, oder, da schwimmen zwei Fische, einmal der kleine, den man haben will, weil man ja nur so ein kleines, zartes Setup hat, und zum anderen der dicke Brocken, und wenn dann der dicke Brocken angeschwommen kommt, kann man ja immer noch den Köder wegziehen, sozusagen, und die schwimmen dann so ein bisschen hinterher noch, also, es ist gar nicht verkehrt, da vorne, guck mal, da schwimmt auch noch was daneben, oder? Ne, oh, doch, Alter, aber irgendwas Kleines auch, irgendein kleines Fältchen, komm, reicht mir doch, ach, herrje, Jungfisch, ne, eine winzige, kleine, Jungfisch, ja, ist natürlich jetzt für mich die große Frage, was muss ich machen, ich werfe mal weiter aus, wow, Max raus, und dann gucken, ob ich da jetzt im tieferen Bereich noch vielleicht auf das Fältchen treffe, wenn das doch der häufigste Fisch ist in der Area, dann muss der, oh, ohne Vorwartung, Alter, da muss der doch irgendwo da sein, da muss ich ihn noch kriegen, übrigens dieses Ganze, wenn ich das hier unten rechts in der Ecke sehe ich ja hier gerade, ah, wieder verkehrt, oder? Ja, schwarz, barsch, silber, schick, schicke Fische, also, ne, ist halt, ne, gar nicht schlecht, also, was soll ich, was will, kannst du ja nicht beklagen, ne, ist halt vielleicht nicht der Zielfisch, zack, wieder raus, ähm, ja, also wie gesagt, unten rechts in der Ecke, die, die Anzeige mit den Metern, für mich im, ich hab jetzt die ganze Zeit hart und sehr, sehr lange mit der Anfängerroute rumhantiert, ähm, und ja, es war mit, mitunter auch wirklich ein bisschen sackgängig, dass da halt bei größeren Fischen, jedes Mal, egal, wenn er nur ein bisschen zu groß ist, gar keine Chance, den Fisch rauszuziehen, weil er einfach wegzieht, wenn du halt, ne, die Bremse leicht so hoch, alter, halbes Nilpferd, ha, 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 Bergfältchen, Jungfisch, ha, alter, die kleinen Sprotte hat er da, sensationell, äh, sehr gut, äh, ja, also, eingepackt jetzt, zack, und damit ist die Mission, Fangerbergfältchen-Mission auch erledigt, tipptopp, ja, nice, hat sich doch gelohnt, also, gehen wir mal wieder zurück, einfach mit der Schnellreise, ähm, was wollte ich noch sagen, genau, der Punkt mit dem, mit dem zu großen Fisch am Starter-Setup, ähm, jedes Mal, jedes Mal haute der Fisch ab, und jedes Mal war das wirklich, es war wirklich frustrierend, und ich meine, wenn man da wirklich auch vorsichtig drillt, und das vielleicht auch mit ein bisschen Skill da rangeht, und sagt, okay, in dem kleinen Becken, der haut schon nicht ab, du kriegst ihn verdammt nochmal einfach überhaupt nicht müde, das ist schon ein, ein wirklich negatives Erlebnis, was man eigentlich nicht haben will, und wirklich nicht braucht, ähm, dieses, dieses Ausschlitzen, oder Abreißen, ähm, ich hab's irgendwann halt, sobald der zu groß war, halt direkt provoziert, weil es macht halt überhaupt keinen Sinn, ähm, für alle die, die sich halt in ein Game retten wollten, wo es kein Ausschlitzen gibt, ich glaube, hier ist das, hier ist es extrem, gerade wenn man halt mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Setup unterwegs ist, extrem, aber es endet auch direkt, sozusagen, und man kann richtig gute Brocken fangen, ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich hin, wenn man eben dieses 300er Setup schon hat, dann lügt es, ähm, einen Schwarzbarsch fangen, wir könnten das jetzt annehmen, ich lass es jetzt aber mal, weil das eben speziell ist, die Spots benötigt, das heißt, das heißt, wir lassen das, und auch hier hab ich, glaub ich, alles angenommen, aber auch noch gar nicht gemacht, ich hab bisher kaum irgendwelche Quests oder sowas gemacht, bin ein bisschen rumgefahren, und, äh, gut ist, so, heißt also, Quest ist erledigt, die Nacht sinnvoll genutzt, dafür ist das doch gar nicht schlecht, ähm, Geld bekommen, XP bekommen, ich weiß es nicht, vielleicht ein paar XP bekommen, ähm, ja, möglich, hier in dem Bereich übrigens, hatte ich schon ein paar schöne, paar schöne Hechte auch gesehen, hier war ja auch eine Challenge, ich glaub das mit dem, mit dem Barsch war hier, und ich würde sagen, als nächstes, geh ich tatsächlich jetzt hier unten hin, an die Stelle, und dann verwenden wir jetzt mal dieses 300er Setup, und dann zeige ich einfach mal, wie ich, ich würde sagen, die meisten XP gemacht habe, die meisten XP, beziehungsweise natürlich auch dadurch die meisten Kohlen gemacht habe, mit dem Start Setup, also mit diesem hier, kann ich das nicht, was fehlt gerade, Route, und, achso, da fehlt jetzt, glaub ich, gerade, da ist sie, da haben wir die Rolle, das ist die 0,05 Millimeter, halbes Kilo Stärke, Pose, genau, und jetzt muss ich hier natürlich den Haken drauf machen, okay, das heißt, wir gehen hier mal eben runter, machen hier den 6er Haken drauf, machen hier mal den Wurm drauf, so, dann ist das Setup fertig, und dann bauen wir jetzt hier das Start Setup nochmal zusammen, das heißt, die kleinste Route mit der Startrolle, mit der dünnen Schnur, kleiner Schwimmer, ähm, genau, 10er Haken, und wir nehmen auch hier mal den Rogen, wir könnten natürlich auch Mistwurm oder Blutwurm nehmen, nehmen wir einen Blutwurm, kommen wir in den Blutwurm, weil wir doch damit ja anfangs starten, das ist ja das, was man anfangs hat, Rock'n'Roll, Errungenschaft, was auch immer, so, und jetzt haben wir das Setup, ja, und mit diesem Setup, mit diesem Start Setup, ging es halt für mich dann hier hin, und ich bin anfangs, ähm, eigentlich so grob, hier nach links rüber, und da sehen wir es auch schon, das ist halt der Punkt, man rennt hier hin, und sieht ziemlich schnell recht viele Fische, der könnte schon zu groß sein, ich probiere es trotzdem, ich glaube, der ist schon für dieses Setup zu groß, wenn er zu groß ist, lasse ich ihn halt direkt wieder abreißen, dann ist es halt so, könnte aber knapp sein, muss ich erstmal wieder gucken, wie groß die Fische waren maximal, zack, oh ja, guck mal, Grenzbereich, geil, 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 perfekt, perfekt, also, im Grenzbereich, Rabams, so, Bronze Wertung, 17 EP, ähm, schöner Brocken, und, es funktioniert, und das ist halt, war für mich halt das A und O, es ist hier eine Stelle, wo ich mit diesem Start Setup Fische in einer guten Frequenz rausziehen kann, und ich dadurch XP kriege und Level, zack, mitgenommen, und auch noch Credits, 200 Credits, okay, das liegt wahrscheinlich am Level gerade, ähm, Inventory, genau, wahrscheinlich hier gerade irgendwie noch den nächsten Point gemacht, oder was, aber, man kriegt halt Kohle, wenn es auch nur 50, 60, 70 waren, wie auch immer, das heißt, man kann hier lang laufen, man sieht hier richtig gut rein, und, von den Fischen her, Regenbogenforellen, Goldforellen, ähm, komm mal da vorne, der ist definitiv zu groß, den sollten wir nicht anwerfen, den werfe ich jetzt aber mal, mit dem 300er Setup an, so, zack, was halt, jedes, jede Komponente, oder Route und Rolle, 300, ähm, was haben wir hier dran, lassen wir mal drauf, den Rogen, so, ich ziehe sogar mal ein bisschen näher, muss auch nicht so weit schwimmen, so, Algen, gönn dir, hab ich schon zu weit, ah, guck mal da, okay, er kommt, also, das ist halt jetzt der Hammer, mit dem kleinen Setup, absolut keine Chance, der Fisch haut einfach ab, no way, bam, mit dem Setup, auch easy, auch easy, easy rausgezogen, und, Silberwertung, 50 EP, 50 XP'se gemacht, dicke, gute Bewertung dafür gekriegt, und es lübt einfach richtig gut, ohne Probleme, mit dieser Route, diese, doch recht großen Brocken rausgezogen, hier, Gold, Goldforelle, müsste das doch sein, oder, ziehen wir nochmal ein bisschen ran hier, ohne Probleme rangezogen, und der Knackpunkt ist einfach, na, kommt da was anderes an, ne, der Fisch, jetzt wendet er, der Knackpunkt ist einfach, hier schwimmen halt am Ufer, genauso wie jetzt dieser, auf Sichtweite, die ganz kleinen, die kleinen und, und kleine, oder ich sag mal, die sehr kleinen und kleinen Fische auch rum, mit denen man eben, mit dem, bam, mit dem Start Setup, die Brocken rausziehen kann, und wenn man sich dann, die paar, bam, Silberwertung, 42 XP für bekommen, mega geil, mega geil, und ich finde, das hier macht dann auch einfach echt Bock, kann ich nicht anders sagen, man rennt hier rum, guck mal, da hinten wäre jetzt noch was, würde ich vielleicht mit der großen Route rangehen, wobei könnten wir mit der hier auch machen, der ist hier natürlich auch wieder für Start Setup zu klein, aber hier neben, guck mal, da vorne ist auch noch einer, guck, Start als Setup, hinwerfen, und das sind dann halt genau die Brocken, die genau richtig sind für das Start Setup, man sieht sie halt hier, genauso gut, wie die großen und mittleren, und hier können wir dann eben ganz gut, die ersten XP's machen, und ich bin halt ein ganz Stückchen weiter, sag, guck mal hier, alter, aber Grenzbereich, guck's dir an, aber guter Grenzbereich, so, dass man's schaffen kann, das ist halt der Punkt, und trotzdem eine Bronzewertung, 12 XP's ist halt im Anfangsbereich richtig gut schon, und man kommt damit richtig gut vorwärts, also wie gesagt, ich hab hier richtig gut leveln können, als ich das gesehen hab, wie viele Brocken hier rumschwimmen, und ich bin halt die ganze Strecke hier lang marschiert, bis, und immer hier, guck mal da, direkt der nächste, zack, Starter-Setup, rausgeschmissen, so ein bisschen ranziehen wieder hier, und der kleine Brocken kommt schon an, sollte da jetzt in dem Fall natürlich ein großer Brocken ankommen, sofort, ähm, ja, entweder weiter wegziehen, oder einfach nochmal reinholen, aber das ist halt, bam, und die machen ein Radau, Alter, bam, Bronzewerdung, siehste, lübt doch, und auch noch wieder Credits, auch noch fette Kohle, okay, ist nicht am Level, aber auch noch Kohle bekommen, dafür, und hier ist direkt der nächste, oder, oder ist es ein Blatt, nee, ist ein Blatt, der müsste aber ein bisschen zu groß sein, sollen wir den mal anwerfen, komm, testen wir mal, also ich muss sagen, ich mag's, also so, so auf diese Art, hingehen, ähm, sich das Gewässer angucken, ein Fisch, ach du Scheiße, guck mal, da kommt ein großer, ja, und da müssen wir jetzt aufhören, also hier ziehe ich jetzt rein, der Große schwimmt immer noch hinterher, der Kleine aber auch, und jetzt müssen wir mal gucken, dass der Kleine als erstes da rangeht, wird abgedrängt vom Großen, ab einem gewissen Punkt haut gleich der Große ab, jetzt, siehste, ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat, weil das so winzig ist, ne, aber den Großen holen wir uns auch gleich, mit einem 300er Setup, so, zack, zack, auf klein, bam, oh, oh, aber noch gekriegt, das war grenzwertig, Alter, bam, Bronzewertung, 18, also ihr seht, es lübt, es lübt hier an der Stelle super, super gut und entspannt, und es macht Spaß, hier die Brocken rauszuziehen, das ist halt das A und O, es macht einfach Spaß, und wenn man dann, wie gesagt, sich die Kohlen zusammengespart hat, und jetzt kommt ja der nächste Punkt, ihr habt euch die Kohlen zusammengespart, mit dem, für dieses 300er Setup, und dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, äh, jetzt habe ich ja so viel Kohle ausgegeben, sechs, siebenhundert insgesamt, mit Schnur und allem drum und dran, das habt ihr mit drei Fischen, vier Fischen wieder drin, das ist der Hammer, es kommen ratzfatz auf einmal, die XP rein, und dadurch die Kohlen rein, und das ist halt wirklich der Hammer, bam, einfach hier diese Brocken rausziehen, mit einer Silberwertung, mit einer Goldwertung, Rabäm, inwieweit das jetzt natürlich durch den letzten Patch, ein bisschen schwieriger geworden ist, weiß ich nicht, es kann natürlich sein, dass jetzt hier weniger Goldwertungen dabei sind, durchaus möglich, was aber auch vollkommen okay ist, also ich war sehr überrascht, wie viele Brocken da tatsächlich im Minutentakt, reingeballert sind, übrigens auch ruhig mal ein bisschen weiter draußen gucken, da können auch mal die Brocken stehen, guck mal hier vorne, hier vorne, da sind mehrere, nehmen wir mal den erst da hinten, mehrere, und rechts ist sogar noch einer, wieder fürs Einsatz Setup, das ist halt der kleinere, der wäre halt fürs Start Setup, und bam, dieser Schlag, Alter, und was eine Biegung hier, was ein Prügel, aber guckt es euch an, wie gut man mit diesem Setup, guck mal, jetzt haut er sogar ein bisschen ab, und wir könnten immer noch hochstellen, ich habe das Ding hochgestellt auf 50, 55 sogar, konnte ich glaube ich hochstellen, die Bremse, nice läuft's, die Überwertung, tip top, so, direkt den nächsten hier, direkt den nächsten, ein bisschen ranziehen, so, also, das finde ich, macht Bock, was ich gleich nochmal ein bisschen testen will, was ich noch nicht gemacht habe, oh, jetzt kommt da ein anderer gerade dran, nee, Alter, ich wollte den großen, lass mal den großen da dran, so, jetzt haut er ab, so, ich hoffe, ne, ja doch, nee, jetzt haut er wieder ab, na komm, dann nehme ich den eben, witzig, witzig gemacht, finde ich, finde ich gut, also, die, die, die Animation an sich, die Animation an sich ist ein bisschen low, insgesamt muss man einfach auch sagen, es ist, es ist einfach so easy, es ist ein bisschen easy, es ist entspannt, ein bisschen was raus, guck mal hier, 400 Credits, Alter, es ist entspannt, ein paar Brocken rausziehen, easy going, bisschen angeln, ähm, dieses Aufsicht angeln, macht mega Bock, und wenn ich jetzt sehe, was im Discord da schon für Bilder gepostet werden, von irgendwelchen brachialen Brocken, ähm, wird es bestimmt auch noch actionreicher, beim Jiggen und so, bin ich echt gespannt, was da noch geht, bam, werde ich mich aber demnächst erst noch mit beschäftigen, weil auch das Posenangeln, muss ich sagen, echt, also so wie es jetzt ist, kann man machen, ist doch ganz cool, ist doch Leisure, bam, Goldwertung, jawohl, 59 EP, sehr schön, und next, also, von der Kohle her, wie gesagt, ich war, ich war bei, ich hab ein bisschen eingekauft, und ich war bei über 7000 Ocken, und hab mir dann eben nochmal das Ganze angeguckt, hab mir das 300er Setup natürlich nochmal gekauft, hab mir, ähm, sämtliche Köder nochmal gekauft, in größeren Mengen und so, also da ist, ich hab schon ordentlich Kohlen ausgegeben, so rund, naja, so rund 3000, ich hatte irgendwas um die 4000, dann jetzt nur noch, ähm, ja, aber, die Kohlen kommen halt schnell wieder rein, also es ist halt überhaupt kein Problem, mit diesem 300er Setup hier, auf einmal dann, oder dann ratzfatz die Kohlen zu machen, genau, und das ist halt der Punkt, den ich vorhin meinte, ähm, wenn man dieses Setup hat, ist es halt nicht so, dass einem auf einmal die Kohlen fehlen, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, man zieht damit schneller größere Brocken raus, und kommt schneller an die Kohlen. Als ich das gemerkt habe, mit meinem großen Setup, wo ich so lange drauf gespart habe, hab ich mir direkt gedacht, Alden, verkehrter Weg, es ist nicht der Idealweg, zu sagen, okay, ich spare, und ich erkunde erstmal einen halben Tag, oder drei Tage lang, real life, die gesamte Map, und guck mir alles an, und mach dadurch XP, kann man natürlich machen, ein bisschen, und ein bisschen leveln, aber wenn man halt angeln will, holt man sich einfach, wie gesagt, dieses 300er Setup, und dann ist das gut, und dann ziehst du hier schon ein paar richtig geile Brocken raus, und hast einfach schon Spaß beim Angeln. Was willst du denn mehr? Schwimmt da vorne was? Ich werfe mal aus, ich sehe es nicht genau. Gucken wir mal, vielleicht geht da was rein. So, das war halt der Knackpunkt, ich hatte das große Setup, hab natürlich easy, die großen Brocken rausgezogen, die hier jetzt rumschwammen, zapp, 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 hab aber auch gesehen, dass die Actionbar unten, nur minimal ausgelastet war, da ist tatsächlich was gewesen. Bäm! Und auch hier jetzt, auf diesem Setup, guck mal hier, gar nicht ausgelastet, und trotz allem, ein richtig schöner Brocken. Bäm! Goldwertung, 55, fette XP, Affengeil, zack, die nächsten Kohlen gehen rein, 211, jetzt in dem Fall, lübt. Also, das ist, glaube ich, the way to go. Ein günstiges Setup, und das hier hat ja jetzt vier Kilo Tragfähigkeit, und damit sind wir komplett, also für diese Area hier, richtig gut bedient. Schwarzbarsche gehen auch rein, Hechte damit, das geht natürlich auch alles. Ja, und dann macht man eben ratzfatz, also wirklich ratzfatz, die großen Kohlen, und gönnt sich dann erst das ganz, ganz große Setup. Und ich habe ja auch noch nicht alles, muss ich ja auch sagen, mir fehlt ja auch noch dieses Baitcast Setup, ähm, und Baitcast Rollen und sowas alles fürs Jiggen, also da gehe ich dann natürlich auch noch hin. Aber, ihr seht, es kommen übelst easy die Kohlen rein, und es lübt. Joa, so und so ähnlich, oder exakt so, habe ich, äh, die Level gemacht, und, ähm, ja, bin, also wirklich überrascht, eigentlich wie leicht es war, mit diesem, äh, etwas besseren Setup dann, und wie sackgängig es ist, tatsächlich mit dem Starter Setup, wirklich so sackgängig, dass es fast keinen Spaß macht, ähm, aber ich habe mich halt durchgequält, natürlich jetzt, äh, im Nachhinein einfach zu lang durchgequält. Ähm, ich baue jetzt mal das große Setup, was ich habe, um, auf Spinning und auf Jig, habe ich noch gar nicht gemacht, machen wir jetzt einfach mal hier live, sozusagen, und, äh, wir gucken mal, was da geht. Also, gucken wir mal rein. Ich habe hier das große Setup, das ist es. Routen, großes Setup, und wir gehen hier, ähm, hm, Spin-Montage, oder Jig. Ich habe in, in allen Fällen, glaube ich, ach nee, warte mal. Ich habe, ich habe hier, glaube ich, andere Köder. Nehmen wir mal eben alles, 10 Kilo, 5 Kilo, ich kann hier 10 Kilo und 5 Kilo drauf machen, okay. Und ich habe hier die verschiedenen Spin-Baits, Achterhakengröße, Einser und so weiter. Siebener, Achter, Einser, Achter. Ich nehme mal den kleinen Einser hier. Verhalten, absinkend, Technik, konstant. Keine Ahnung. So wie es ist, nehmen wir das jetzt mal und ich werfe das einfach mal aus. Gucken wir mal. Also, erstes Mal mit dem Spin-Bait. Bam! So, es ist draußen, wir haben jetzt unten eine Anzeige. und jetzt komme ich ins Jiggen, jetzt komme ich ins Stop and Go, okay. Stop and Go. Stop and Go hört auf. Hm. Komme ich ins Jiggen? Kann ich Jiggen damit? Wäre ein bisschen eigenartig. Aber theoretisch, die Frage ist natürlich auch, was sind da unten, was sind das alles für Zei- Ah, wait a minute. Ne, ne. Ich kann damit Jiggen, tatsächlich? Wait a minute. Nicht dein Ernst. Was ist denn Ditte? Ach, das ist ja witzig. Alter, das ist aber witzig. Wait a minute. Was ist denn Ditte? Das ist wieder Jiggen? Okay. 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 Twitchen? Das ist ja witzig. Wait a minute. Was habe ich denn? Das erste. Das ist jetzt nur Stop and Go. Ah, jetzt ist konstant. Das ist ja witzig. Okay. Die Führungsmethoden mit einer Information, wie man das macht. Das ist jetzt einfach nur Einkurbeln. Das ist Einkurbeln mit Pause. Die Frage ist, wie viel Pause braucht man? Ich mache jetzt gerade mal, also unten läuft es ja durch. Ein Durchlauf Stopp, ein Durchlauf Kurbeln, ein Durchlauf Stopp, ein Durchlauf Kurbeln. Scheint zu funktionieren. Und dann haben wir hier, was ist das? Twitchen. Oh wait, da kam ein Fisch an. Oh wait, cool. Ich werfe nochmal aus, nicht ganz so weit. Und Jigge. Und das ist rauf und runter gewesen. Und jetzt kommt man schon ins Twitchen, ins Jiggen. Witziges Dingen. Twitchen. Witziges Dingen. Kann man machen. Finde ich cool. Bedarf einfach, ich meine, irgendwann weiß man es halt, aber, dass man das so ein bisschen vom Tempo vielleicht richtig hinkriegt und sowas. Apropos Tempo, kann ich das einholen, die Einholungsgeschwindigkeit? Ja, kann ich. Ah, ich hocke da genau vor gerade wieder. Sensationell. Das heißt, ich kann das mit dem Mausrad rauf und runter verändern. Bremse nach wie vor, auch mit Y und X, rauf und runter, aber eben auch die Einholungsgeschwindigkeit verändern. Das heißt, also, wir machen das mal langsam. Ich mache mal auf eine Einholgeschwindigkeit. Mal eben schnell reinkurbeln jetzt und werfe nochmal aus. Und dann, bam, richtig weit raus. Und jetzt machen wir eben nicht Stop and Go, sondern ich mache dieses Hin und Her. Cool. Das, also, was mich halt irritiert und das hatte ich beim Posenangeln schon genauso und das ist auch vom Feeling her uncool. Er kurbelt nach, egal wie schnell, egal wie heftig dein Drill ist, egal wie du eigentlich gar nicht kurbeln kannst, weil du quasi ja leer gezogen wirst und die Bremse und du, er kurbelt einfach. Und das ist vom Feeling her, das ist so dumm. Es fühlt sich so dumm an. Du bist am Kurbeln, als ob du die ganze Zeit durchdrehst und gar keine Bremse hast. Also, das ist vom Feeling. Und genauso wie jetzt, also ich habe jetzt super langsam eingestellt, er kurbelt genauso. also, also er kurbelt genauso schnell. Es ist einfach nur diese, diese dusselige Animation, dass es kurbelt. Fühlt sich nicht so geil an. Fühlt sich einfach nicht so geil an. Weiß ich nicht, ey. Und ich glaube, da, da fühle ich tatsächlich dann das, ähm, im Moment zumindest das Posenangeln mehr. Warte, ich gehe nochmal in den, hoppala, hier schön am rumwackeln. Äh, ich gehe nochmal kurz rein mit den Routen und mache da mal was anderes drauf. Kann ich das hier einfach jetzt ändern? Gerade nicht. Ähm, dann bauen wir das mal so zusammen auf Jig. Jig-Haken habe ich nicht, oder was? Wie? Zu dicke Schnur verwendet? Ne, wo habe ich denn die Jig-Haken? Okay, damit ist das, äh, gegessen. Jart. Gut, dann bleiben wir da doch lieber auf Pose wieder bei dem großen Setup, weil das einfach super funktioniert. Sechser-Haken und ich baller hier den, soll ich mal die Ritze drauf machen? Ich mache mal hier einen Kompostwurm. Der klappt ja auch super. Genau. So. Ja, also, das ist momentan der Stand der Dinge. Es funktioniert. Man zieht die Brocken gut raus damit. Ähm, mit dem, wie gesagt, 300er Setup. Ähm, und jetzt geht es dann ins Geldverdienen und von da aus, jetzt, wo es halt funktioniert, wo man die Brocken easy rauszieht, hole ich mir jetzt halt dann Stück für Stück auch das Endgame Setup. bedeutet also Baitcast-Route, ähm, und vielleicht auch nochmal extra ein Match, einfach so für den Spaß, weil, warum auch nicht, wenn man dann die ganzen, die Kohlen hat und verdient, kann man das gut machen. Übrigens, hier waren, ähm, zwischendurch, ich bin immer so bis hier ungefähr gelaufen, hier waren, hoppala, siehst du, hinten springt auch wieder was, hier waren zwischendurch auch immer noch ein paar große Brocken, aber eben auch kleine, also ich bin ungefähr bis hierhin immer gelaufen, ähm, beim Leveln und dann wieder zurückgelaufen beziehungsweise einfach zurückgeportet. Man kann übrigens auch noch in die andere Richtung laufen und zwar, was auch richtig gut ist für die kleinen Fische hier in dieser Area, dieses kleine, dieser kleine Seitenarm, hier waren auch noch richtig viele kleinen Fische, hoppala, da ist was dran. Bam! Ja, siehste, so kann das doch sein. Regenbogen in Bronze, zack, nächsten EP. Ja, so, so ist cool, guck mal, da hinten springt schon wieder was, werfe ich direkt nochmal hin, zack, einfach entspannt ausgeworfen und das Geile an der Area ist einfach eine gute Frequenz. Ich werde jetzt, ähm, weiter suchen, werde weiter suchen, werde mir andere Bereiche, andere Seen nochmal speziell angucken. Ähm, wie gesagt, ich gucke jetzt gleich auf jeden Fall nochmal ins, äh, ins Discord rein, da gab es halt eine Info mit verschiedenen Bereichen, die waren, hatten auch alle dann Namen, ich muss mir das im Detail nochmal alles genau angucken und dann geht es auch auf weitere Suche. Mir fehlen halt noch ein paar Fische, ich will noch alle Fische ab, äh, abhaken natürlich. Ähm, da ist es, also, was haben wir denn hier? Getüpfelter Gabelwels, fehlt noch blauer Sonnenbarsch, cooles Ding. Oh, Cocaine Lachs, Cocaine, kanadischer Zander, krass. Erste Diamant, äh, war die Goldforelle, auch hier an dem Gewässer. ja, ja, amerikanischer Saibling, bin ich auch übelst gespannt. Der größte Brocken hier in dem Gewässer bisher auf Jig, wenn ich das richtig gehört und gesehen habe, bin ich echt gespannt, was da geht. Ja, ihr Lümmels, ich würde sagen, so weit, so gut, das ist der Stand der Dinge. Ich level, trotz Urlaub und, äh, viel Zeit zum Angeln. Ähm, easy und entspannt mit und der große Schub war tatsächlich das bessere Setup. Also, gönnt euch das 300er Set, ran hier an die Stelle und dann rausziehen und ihr werdet sehen, in Windeseile kommen da die Kohlen rein, also die XP's rein, die Kohlen rein. Ihr levelt wahnsinnig schnell hier. Ich suche mir jetzt hier andere Hotspots, andere kleine Bereiche, wo man noch ein paar schöne Brocken fängt. Petri ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch die nachfolgenden Videos nicht verpasst und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder dann, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.